Wir haben den Fokus jetzt anders gelegt. Wir spielen nicht auf die normalen Volleyballregeln. Wann du Side-Out machst, bleibst du in Side-Out und kannst du Punkte machen. Wann du den Side-Out nicht machst, musst du Aufschlag machen und kannst dein Gegner Punkte machen. So jetzt die Side-Out-Seite hat Side-Out gemacht. So bekommen wir einen Punkt. Die Seite bleibt im Aufschlag. Bist du in der Abwehr, kannst du keinen Punkt machen. Weiter aufschlagen, die haben Punkte gemacht. Bist du in der Abwehr oder Aufschlag, kannst du keine Punkte machen, nur den Side-Out zurückholen. So eigentlich komplett umgekehrt wie das alte Volleyballsystem. Nicht zu schnell nach vorne, Janice. Bleib tief. Ja, weil dein erster Schritt war schon zu schnell vorne. Du warst schon vorne, wenn er im Feld gewesen wäre, wirst du nicht in der Nähe gekommen. Netzfehler! Oh, das rico. Bist du möglich. Und du glaubst das gourmet wieder, ja, 8' красifische crackeden zu senden. Netzfehler, Sani. Okay. Und diese Seite, schnell den Ball weg, Lena. Schnell den Ball weg und weiter gleich wieder bereit für Side-Out. Wer einen Punkt nicht macht, bleibt nur ein Aufschlag. Ja. Trau dich, trau dich, hauen. Lea, mach deinen Schlag, jetzt ist ein Stopp, wieder ein Floataufschlag, mach den Schlag fertig, weil dann kommt Spin an den Ball und dann ist er gut. Ja? Okay. Go. Lösung, Lösung, Lösung. Hopp. Okay. Jetzt gleich bereit. Block defense, block defense. Okay. Perfekter Ball. Sichern. Fuego. 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 Fuego.